Oberbürgermeisterin Pia Findeis hat heute Vormittag die neuen Azubis in der Stadtverwaltung begrüßt. In der Jakobskapelle überreichte das Stadtoberhaupt fünf jungen Menschen, die am 1. September ihre Ausbildung begonnen haben, eine kleine Zuckertüte. Vier von ihnen wollen Verwaltungsfachangestellter werden, einer Gärtner. Wie die Oberbürgermeisterin betonte, stünden ihre Jobchancen nicht schlecht, da viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Außerdem erhielten heute auch acht Absolventen nach drei Jahren Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse. Dabei handelt es sich um fünf Verwaltungsfachangestellte, zwei Gärtner und einen Straßenwärter. Die jungen Männer und Frauen werden unter anderem im Bürgerservice, Bauplanungsamt, im Betriebshof Pöhlau, am Schwanenteich oder auf dem Bauhof eingesetzt. Die neuen Azubis absolvieren derzeit eine Einführungswoche, bei der unter anderem Führungen durch die Stadtbibliothek und das Rathaus sowie ein Rundgang durch Zwickau auf dem Programm stehen.